Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem finalen Fazit zur UiWatch 3 Pro, die ich jetzt intensiv testen konnte und auch mal im Abgleich zu den Samsung Smartwatches gesehen habe. Dazu kommt aber noch ein allgemeiner Vergleichstest. Heute einfach nur, wie gefällt mir persönlich in verschiedenen Kategorien die UiWatch 3 Pro. Ja und loslegen tun wir mal mit der Optik und da muss ich sagen, das ist eines der absoluten Highlights an dieser Uhr. Mir gefällt die wirklich von der Optik her ganz, ganz hervorragend. 49 Millimeter, da braucht man einen etwas dickeren Arm, das steht außer Frage. Bedienung und so weiter, kommen wir später noch drauf. Aber die Optik von der Uhr, auch in dieser Version, wie ich sie habe, mit dem zugehörigen Armband und so weiter und so fort, gefällt mir persönlich auch an meinem Arm, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gut. Und ich würde sogar fast mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass die mir von der Optik besser gefällt, als jegliche Smartwatch, die ich bisher an diesem Arm oder an meinem Arm sozusagen gesehen habe. Ich hätte mir gewünscht, dass das Display noch ein bisschen weiter geht, dass nicht so ein dicker, schwarzer Rand bleibt, aber gut, es ist manchmal wie es ist. Vom Äußeren her und von der Optik her und auch von der Haptik im Übrigen, fühlt sich auch super an, ist die UI Watch 3 Pro vorne mit dabei. Ja, nächster Punkt, der wirklich absolut top ist, das ist die Akkulaufzeit. Ihr seht hier 25% und noch über einen Tag Restzeit. Das darf man natürlich nicht vervollnehmen, aber es steckt in der Pro auch ein Akku mit 790 mAh. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist fast doppelt so viel, wie die Konkurrenz hat. Und zwar, ich glaube, fast jegliche Konkurrenz. Ich kenne gar keine Smartwatch, die mehr mAh hat. Falls ihr eine kennt, sagt mir gerne mal Bescheid. Zumindest keine, ich sag mal, marktübliche. Also insofern, die Akkulaufzeit wirklich überragend. Über vier Tage kommt man ohne Probleme. Mehr geht auch, wenn man ein bisschen sich reduziert. Aber vier Tage ist überhaupt kein Problem und damit tatsächlich auch deutlich weiter als die Konkurrenz von Samsung und Co. Der nächste Punkt, die Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Ja, da gibt es einige Herzfrequenzmessungen, sehen wir hier. Hauttemperaturmessung, sehen wir gleich nochmal. Dann die Sauerstoffsättigung, auch das ist mit drin. Aber kein EKG, das ist zum Beispiel was, was die Konkurrenz ja mittlerweile hat und worüber sich viele gefreut haben, schrägstrich auch beschwert haben, dass es nicht dabei war. Also insofern Licht und Schatten aus meiner Sicht. Denn die Fitnessfunktionen, die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sportfunktionen und so weiter und so fort. Da ist auf jeden Fall die Huawei Watch 3 Pro auch wieder vorne mit dabei. Bei den Gesundheitsfunktionen steckt sie halt ein bisschen zurück. Kommt vielleicht noch mit einem Update, ich weiß es nicht genau. Sensoren dürften verbaut sein. Also insofern warten wir es mal ab. Ja, kommen wir zu einem Punkt, der tatsächlich aktuell noch eher schwach bemessen ist. Und das ist die App-Auswahl. Mit Harmony OS setzt ja UI hier nicht auf ein gängiges Betriebssystem wie Tizen von Samsung oder auch Wear OS von Google. Insofern muss man auch hier wieder ein eigenes App-System oder beziehungsweise App-Universum aufbauen. Und ihr seht hier, wenn ich mal auf mehr Anzeigen gehe, viele Apps, die man so kennt und die man vielleicht auch auf der Uhr benutzt, sage ich jetzt mal, sind hier nicht zu finden. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Klar ist es noch im Aufbau und so weiter und so fort. Das muss man alles verstehen. Nuki Smart Lock wäre jetzt so das Erste, wo ich sagen würde, alles klar, das kommt mir bekannt vor. Habe ich auf meiner Uhr bisher auch installiert. Ansonsten seht ihr hier, das sieht eher mau aus. Und wenn wir jetzt mal auf die Suche gehen, um zum Beispiel so eine, ich will mal sagen, gängige App auf einer Smartwatch, zumindest die ich oft benutze, nämlich Komod zu suchen. Und ich nehme es mal vorweg, bevor ich es hier gleich eingetippt habe und es hier auch etwas länger lädt. Und die App gibt es in der UI App Gallery nicht. Und das ist ein bisschen schade natürlich, weil die Uhr natürlich den großen Vorteil hat. Ihr könnt sie erweitern. Sie hat auch massiv Speicher. Daran scheitert es quasi auch nicht. Ihr könnt da wirklich Apps draufladen ohne Ende. Aber es gibt leider diese Apps aktuell noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich in Zukunft nochmal. Dann wird das noch ein bisschen charmanter alles. Aber aktuell ist es einfach so, wenn ich hier, wie gesagt, mal nach Komod suche, dann werdet ihr gleich sehen, gibt es nicht. Natürlich ist sehr, sehr schade, weil das so ein paar gängige Apps sind, Wander-Apps und so weiter. Die benutzt man halt einfach auf einer Smartwatch. Insofern App-Universum leider etwas schade, aber vielleicht kommt da in den kommenden Monaten noch was dazu. Ja, Thema Benachrichtigungen und Messaging. Da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Und da sage ich hier an der Stelle einfach nochmal, was in dem Video mehr oder weniger rausgekommen ist. Benachrichtigungen und so weiter und so fort. Könnt ihr euch zwar anzeigen lassen, mehr aber auch nicht. Keine Antwort, keine Interaktion in sonstiger Art und Weise. Da geht nix. Das ist ein bisschen schade, denn nur die Nachricht anzeigen, das konnten schon Smartwatches wie die Pebble und so weiter und so fort. Also meine ersten Smartwatches damals. Das ist jetzt einfach ein bisschen schade, dass da nicht mehr geht, als das, was hier gezeigt wird. Ja, nächster Punkt, die Bedienung. Ich komme ja von Samsung und bin tatsächlich ein anderes Menü und so weiter gewohnt. Für Apple-User, die kennen das vielleicht in der Art, wie es hier ist. Ich finde es aber ganz gut. Also mir gefällt die Bedienung. Die ist auch flüssig und so weiter und so fort mit den Knöpfen. Das ist schlüssig, wenn man einmal raus hat, wie es funktioniert. Auch mit dem Zurückwischen und so weiter und so fort. Also die Bedienung gefällt mir eigentlich ganz gut. Man muss sich allerdings, wenn man ein bestehendes System gewohnt ist und nicht gerade von Apple wechselt, was ja vermutlich eher die Ausnahme sein wird, dann ist es so, dass man im Zweifel sich ein bisschen umgewöhnen muss. Performance-technisch ist hier, aber gibt es hier absolut nichts zu mäkeln. Das läuft wirklich rund und absolut flüssig. So, packen wir in aller Kürze nochmal die Vorteile der UI Watch 3 Pro auf eine Seite. Optik und Akku absolut top, genauso wie die Verarbeitung. Die Fitnessfunktionen sind gut. Auch das Display ist schön. Es ist schön groß, schön hell. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und im Prinzip ist alles mit an Bord, um hier wirklich eine gute Performance abzuliefern. Warum sage ich in Anführungsstrichen alles an Bord? Das sage ich euch direkt im Anschluss, wenn wir uns noch einmal die Nachteile angucken. Ja, blicken wir auch gleich so nochmal auf die Nachteile. Messaging ist einfach unfassbar schwach. Es gibt leider Gottes kein gängiges Payment-System auf der UI Watch 3. Für mich wirklich ein Killer-Kriterium. Die App-Auswahl ist eher schlecht. Die Smartphone-App hat bei mir manchmal irgendwie einfach gesponnen. Da ging dann irgendwie nichts mehr. Ich konnte nichts mehr drücken und berühren. Aber all das, und deswegen sage ich hier, wird aber auch noch nicht genutzt. Es ist alles drin in der Uhr. Es muss aber erstmal via Software rausgeholt werden. Und deswegen hoffe ich sehr, dass UI danach bessert. Ja, für wen ist denn die UI Watch 3 Pro jetzt die richtige Uhr? Das ist eine gute Frage. Und ich würde mal sie aus meiner persönlichen Sicht beantworten. Also, derjenige, der die Optik mag, der eine massive Uhr mag, die wirklich groß ist, mit einer großen, großen Akkukapazität und folgerichtig auch einer sehr langen Laufzeit, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Optik spielt hier gerade bei der Smartwatch durchaus eine große Rolle. Deswegen entscheiden viele zu Recht aus meiner Sicht, auch nach der Optik, welche Uhr sie nachher wollen. Von der Technik her sind sie alle ähnlich, sage ich jetzt mal. Während UI hier noch in der Software ein bisschen zurück ist, sind andere da weiter. Aber ich glaube, da kann UI auf jeden Fall noch aufholen. Insgesamt muss man sagen, für den Preis bekommt man ein wirklich rundes Paket. Aber es gibt halt an vielen Stellen noch Nachbesserungsbedarf. Messaging, das ist wirklich schade, weil das eins der Killer-Features natürlich ist, dass man an der Uhr im Zweifel auch mal kurz eine Nachricht beantworten kann. Gerade weil der Sprachassistent hier auch wirklich gut funktioniert. Das heißt, die Spracherkennung ist durchaus so, dass man das ohne weiteres per Sprache zum Beispiel beantworten könnte. Telefonie-Funktion ist okay, funktioniert gut. Ja, und was natürlich noch sehr schade ist, man kann mit der Uhr aktuell in Deutschland nicht bezahlen. Das ist einfach ein bisschen schade, weil das sehe ich wirklich auch immer noch als absolutes Killer-Feature. Ja, insofern soll es das gewesen sein mit meinem kurzen Fazit zur UI Watch 3 Pro. Es kommt noch ein Vergleichstest mit den Samsung Smartwatches. Danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay. Danke euch fürs Zusehen.